Das ist laut! Ja auf Puma, willst du äh Raffel? Ein Entstreck? Das ist, ein anderer gehört mir. Ach ja, das ist das Schlechte. Jetzt können wir ein Mischgetränk machen. Lass dich nicht ablenken. Fisch. Boah, in den Fuß geschossen, da stirbt er natürlich. Apfel oder Orange? Ah, Orange. Ich bin Dart-Händer. Okay. Äh. Da ist jemand. Wo ist der? Ja. Wie das immer wieder Framedrops hat der... Alter! Ich pack das komplett. Roll. Geht wieder. Okay. Da 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 Batman. Was heißt Batman? Was heißt Batman? Ich muss es verhindern. Ihhh. Also Energy trinken mit Orange, das ist echt geil. Ja. Was? Wieso überleben die das? Weil sie Ficker sind. Das sind deutsche... deutsches Blut. Ich hatte viel geilere Waffe. Ich hatte viel geilere Waffe. Ich hatte viel geilere Waffe. Mann, hör auf einfach. Mann, hör auf einfach... Ahn. Tricky Glühende Glühende Man bist so schlecht Danke Intelligenzbestie Alter Peng Manchmal ist die KI strohdumm Wie viele kommen da bitte noch? Keine Ahnung Ich weiß ja nicht mal ob wir da hin müssen Du musst mich verarschen Willst du? War das ein Trick Wo ist der Typ hin? Nicht gespawnt Alter Das ist geil Okay Geht nicht mehr Fick dich einfach Rush halt mal gleich nach vorne oder so irgendwie Du willst mich verarschen oder? Kann ich nicht da hinten ist irgendein Snipertyp der macht mich gleich weg Der Typ der ist da oben? Ne der ist auch immer nicht da Wo habe ich schon weg gemacht? Keine Ahnung Ah da hinten Da unten Da Da So gehts aber Ja Boah Ne Ne Nicht durch das Hals Teller Der Hell Da Du Alleine machst jetzt den 2. Weltkrieg Du gewinnst ihn alleine Ja Natürlich Du schlägst alle Deutschen hier jetzt zurück Da rechts unten war einer irgendwo Ja Der Büschen versteckt sich denn ab So wie in der ich sie Ja da ist gerade geradeaus einer vorbei Er ist ziemlich gerade auf der Linie irgendwie Ja Sniper Ja Also wenn du hier jetzt drauf sitzt Da ist ja Hier haben wir Auf B haben wir so ein Zielfernrohr Jetzt weiß ich das wieder wie man markieren tut Mann bin ich intelligent Jetzt wird man, dass es jetzt keinen Ton aufnimmt Hm Jetzt wird man, dass es jetzt zufälligerweise keinen Ton aufnimmt Macht ja nix Und ich dachte dann in die andere Richtung Oh Endlich Wunder Alle Deutschen sind geschaut Beim Fenster oben drauf Nein sie ist gerade nicht Links und eins drunter Links Links Da ist er Da Da ist er Da Typen Ah ein Balkon Oh Oh Ich bin zu einem anderen Typen Ich habe mich jetzt auch abgeschossen Das ist ein echter Typ aber die treffen mich eh nicht wenn ich laufe Hoffentlich Okay das tun sie doch Tick zack tick zack Lauf rein da Alter Alter Fick dich einfach Alter Der Typ geht mir im Sack Ja Ich glaube wir reden eh schon wieder zu leise oder Hä Da bist Loll Wer nix tut Und Die sind Irgendwie gelebt Wenn man sich abschießt Keine Ahnung Aber Muni kriegst du da schon irgendwo wieder her Ja Müsst ihr eigentlich mal Leichen durchsuchen Damit komme ich Muni Weltraum Ich will keine Weltraum Muni Wo bin ich eh Fick dich einfach Wo ich dich Cool Wo ist dieser Spass Heute Ich bin blind Da 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 Alter Oh jetzt ist er weg Da ist er da ist er Da ist er da ist er Oben am Balkon Hi Was Ah Lol Volltreffer Hast du ja gleich auf die Uhr geguckt? Scheißegal Ich schneide das einfach zusammen Oh ok Äh Ich verdirbt mir das mit der Stimmung wenn ich Ich Ah und dann bis zum nächsten Mal sage Ok Frame drops Video Pscht Hast du das jetzt verstanden? Hast du das jetzt verstanden? Ne Hä? Du musst schnell machen der wird ja gleich gekillt Hä? Du musst den einschießen Jetzt den einschießen Ok Na ja wir sind einfach intelligent Wo ist der? Ja ah ist er So verreck Lol Der Typ einfach schraut Vielleicht sollte ich schnell runterlaufen Ich weiß es nicht Ne glaube ich nicht Probieren wir es Halte die Exekution auf Ich werde es einfach mal runterlaufen Ihn er schießen und dann die anderen vielleicht gleich Ich hab keine Ahnung Alter Wir sind so gut So gut Hast du jetzt Schweiger? Achso ne Ich dachte schon Ich will niemals ihn töten Jetzt bewegt er sich Achso warte sie killen jetzt ja ihn Jetzt musst du ganz schnell die anderen Ja ja das mach ich jetzt Ach doch der Fuß Er ist tot Oh jetzt muss ich ihn von der Ferne beschützen Geschickter Scharfschütze Komm her Stell dich wie ein Mann Danke Zack Zwar gerade irgendwie unsynchron Das mit dem Blup und Eii Und jetzt Zu ihm vielleicht Aufgabenstellung Okay man sieht keine Aufgabenstellung Oh Der hinten Yay Aber geht die Muni langsam aus Da ist einer Da ist einer Oh Hi LOL Ding Der Helm hält ja auch nix aus Ja klar das war ja ein Pflicht Höll Gesundheit Gesundheit Verdammt Verdammt Verreck Oh geil Das ist ja schon Ja Jawoll Und das Wenn man Habe ich schon geschafft 2 bei der Aufnahme Oder auch nicht Ich weiß es gerade nicht Da habe ich jemanden getroffen Und genau Die 2 Eier durch Die 2 Eier durch Und das hat man sogar gesehen Und das ist ja Und das ist ja Und das ist ja Die sind dann richtig geplatzt Ich glaube nicht dass du Das der Titel heißt Aber Hitler Ja keine Ahnung Wäre schon cool Aber der ist ja anders gestorben Vielleicht muss man ihn vergiften Wo sich die Türen Kalikapsel in den Mund stecken Hä Komm raus Oh das ist eine Granate Verdammt Wo etwas teures Geht doch Geht doch Mal nach 20 Schuss Alter Das wäre knapp Nee Jetzt nicht noch Durch den offenen Platz Alter was die aushalten Das ist deutsches Blut Okay ... ... Fail No homo Da ist der andere Sniper vorher gelegen Ja Ist das ein Bunker? Jo Geil Hat es in Linz am Stadtplatz auch gegeben. Aber der war halt gleich unter der Oberfläche. Hat aber auch so ausgesehen wie die ihn freigelegt haben. Nein, das ist eine Statue. Prüste. Äh. Ja und jetzt?